Die Persönlichkeit des illyrischen Königs Mononius auf der Basis von archäologischen Meritan Zika Die Persönlichkeit des illyrischen Königs Mononius auf der Basis von archäologischen Daten Dadurch, dass zwei wichtige archäologische Zeugnisse über den illyrischen König Mononius, nämlich sein Helm und seine Münzprägon gehen, zum ersten Mal gemeinsam gezeigt wurden 1, bietet die Ausstellung in Hildesheim Gelegenheit, noch einmal über seine Persönlichkeit zu diskutieren. Mononius zählt zu den Personen, mit denen die Geschichte geizig umgegangen ist, die, ja sogar ungerecht, im Verhältnis zu dem Beitrag, den sie zu ihr geleistet haben. Es ist ein Trost unserer Zeit, dies durch eine Reihe von Hypothesen wiedergutzumachen, die oft die Freude des Rätsels bieten, als Ausgleich für die mangelnde Möglichkeit, die Wahrheit zu präzisieren. So entsprechen den in den historischen Quellen nur phyotisch erwähnten zwei Mononius vier solcher, nach der Interpretation der heutigen Forscher. Dies wären rückblickend. Erster der Dardanische König, der Schwiegervater des Eurerkönigs Gintius, Polyp. XX13, 1 Zweiter ein hypothetischer Dardanischer König, vermutlich der Urgroßvater des ersten Mononius, der dann Derachium etwa im Jahr 280 VUZ erobert hat und dort Münzen mit seinem Namen prägen ließ. Zwei Dritter ein Eurerkönig, Trog, Trol Vierundzwanzig, Nachfolger von Glaukias, der den Staat verstärkt und durch Achium wiedererobert hat. Drei und Vierter der vermutliche Großvater des Letzteren, dem, nach dem Ski zu urteilen, die in der Zeit zwischen 350 und 330 VUZ in Derachium geprägten Münzen angehören müssen. Vier Ein leuchtender Hund, wie wir beweisen werden, auch der Wahrheit näher ist der Versuch, die Münzen mit dem Helm des illyrischen Königs des J. R. Das 280 VUZ zusammenzubringen, der zwar nur einmal in der Geschichte erwähnt wird, jedoch eine wichtige Rolle im Kampf der Thronanwärter Makedoniens gespielt hat. Er wird daher als der Nachfolger des Glaukias betrachtet, der im Kampf zwischen seinen Söhnen um den Thron den Sieg davon trug. Denn einige Jahre nach Glaukias Tod, etwa im Jahr 292 VUZ, hatte ein weiterer König den Die Persönlichkeit Illyrischen Thron bestiegen, Badylis Dieser geht durch eine Ehe ein Bündnis mit Pyrrhus ein, indem er diesem seine Tochter Birkina zur Frau gibt, und bildet zusammen mit dem anderen Schwiegervater des Pyrrhus, Audoleon von Pionien, eine Drohung für den Hauptfeind des Ipyrrhus, das Makedonien des Demetrius Poliorketes. Mononius muss im Gegenteil ein Feind des Pyrrhus gewesen sein, denn dieser letztere hat in den Jahren 284 bis 282 VUZ 5 gegen die Illyra kämpfen müssen, um sich vor seiner Abfahrt zum Italienfeldzug den Rücken zu sichern. Soll diese Tatsache etwa bedeuten, wie einige Forscher annehmen, dass Montag Munoz als ein Anwärter derselben Familie den Platz von Badylis mit Gewalt besetzt hatte, oder war er ein von Nordosten gekommener Usurpator, die andere meinen? Sicherlich wird es auch noch andere Möglichkeiten geben. Badylis der Jüngere kann auch ein Erbe der D-Y-Nasti von Badylisi gewesen sein, ein Nachkomme des Glicias VI, der 355 VUZ bei Glyukias Unterschlupf fand und dann, nach dem Sieg über Cassander im Jahr 313 VUZ wieder in das Land der Enkelleder zurückgekehrt ist. Jedenfalls gehörten im Jahr 280 VUZ auch diese osthyrischen Gebiete zum Staat des Monunius, wodurch dieser also UN-Mittelbar an Makedonien grenzte, wie das auch aus einem kurzen Bericht des Trogus, Trol. 24, hervorgeht. Unter diesen Bedingungen hätte Montag Munoz ganz gut ein ordnungsgemäßer Erbe der Dynastie des Glaubias, nach Badylis dem Jüngeren, sein können. Dies wäre fast alles, war wir über Monunius aus den historischen Quellen erfahren konnten, wenn uns nicht auch die archäologischen Zeugnisse zu Hilfe kämen. Der Helm des Monunius ist in diesem Fall eine außerordentliche Reliquie. Wir finden keinen Grund dafür, ihn nicht als persönliche Waffe des Monunius anzusehen, 9 unabhängig von seiner Schlichtheit hebt er doch den König von der Masse seiner Hobliten ab, die ilirische Helme trugen. Als Symbol der Macht zeigt sich der Helm attischen Typs mit Schirm in derselben Form im Monumentalgrab von Selka 8. Wie bereits hervorgehoben wurde, 9 ist es nicht dem Zufall zu verdanken, dass dieser Helm eben gerade in der Zone entdeckt werden konnte, in der sich auch die Gräber mit königlichem Gepräge fanden. Wenn wir auch vorläufig das Grab Nummer 2 in Selka noch nicht als die Grabstätte des Monunius identifizieren können, so sind wir dafür, dass die beiden Gegenstände aus der Zeit stammen, in welcher der Monunius geherrscht hat, den Trogus erwähnte. In dieselbe Zeit, also in die ersten Jahrzehnte des dritten Jahrhunderts VUZ, führen uns auch die Münzen des Monunius. Das einzige Exemplar aus dem Kabinett des Medailles von Paris 4 registriertes Warenzeichen vom Typ der makedonischen Tetradrochmen bleibt jedenfalls ein vereinzeltes und folglich unsicheres Zeugnis, zu einer Zeit, da der andere dörrachische Typ in über 60 Stücken, mit einer ganzen Reihe von Varianten und Stempeln vorhanden ist. Dieses Exemplar würde mit der Makedonien-Politik des Monunius übereinstimmen und Ausdruck seiner Ambition sein, sich unter die Epigonen zu rechnen. Dennoch sei hier betont, dass diese Münze, der Typologie und der Legende nach sowie vom stilistischen Standpunkt aus, sich nicht nur von den Münzen des Monunius unterscheidet, sondern auch von allen anderen des südihörischen Gebiets im Allgemeinen. Der Perlstab, der in den dörrachischen Prägungen erst in der dritten Periode der Prägungen vorkommt, ist hier ein typisches Element der Prägungen von Alexander, von denen die Vorderseite und die Rücksiete bis in die Details, wie das Monogramm ein I ist, getreu nachgeahmt, worden sind. Dass hier ein vollständiges Sigma verwendet wurde, kann eine Wehrbindung des makedonischen Typs der Starterin des Monunius mit der ersten Serie der Prägungen von korkierischem Typ sein, wo das eckige bzw. das lunare Sigma noch nicht aufgekommen war, das alle späteren Prägungen des Monunius charakterisiert. Folglich wären sie für den Beginn der Prägungsserien dieses Königs anzunehmen. Aber man kann auch nicht eine andere historische Persönlichkeit übersehen, die Grund hätte, Münzen von makedonischem Typ zu prägen, und das wäre der thrakische Monunius, der Bruder des Ketriporis, IG 2-32127. Den Symbolen nach entspricht die Hauptreihe der Münzen des Königs Monunius dem dörrachischen Typ mit Kuh und Kalb und mit dem Viereck mit Stilisierungen, in dessen Segmenten zum ersten Mal symbolische Zeichen vorkommen. In einem Schatz von 15 Silbermünzen, die in Butrotung gefunden wurden, lagen zwei Starterin mit Keule im Segment, und ein dritter mit einem Delfin auf der Kuh, neben einem korkierischen Oktobolus mit einer halben Kuh und einem Kantarus aus den Jahren 300-229 VUZ. Dies ergab ein Argument dafür, die traditionelle Datierung, 450-350 VUZ, der dörrachischen Starterin um mindestens 50 Jahre zurück zu verliegen. Elf was damals nur als Hypothese beträchtet werden konnte, erhält jetzt eine sichere chronologische Untermauerung durch die Entdeckung eines Schatzes von 144 Silbermünzen aus Dörrachium, Apollonia, Korkira und des Monunius in der Nähe des Dorfes Crespan bei Fieri, etwa 30 Kilometer südöstlich Yvonne-Apollonia. Korkira ist dort durch zwei Starterin der Periode I und II, 6. Jahrhundert bis zum Jahr 450, vertreten, 14 Starterin mit symbolischen Zeichen auf einer Kuh oder mit einem Monogramm auf dem Segment des Vierhecks, die im Allgemeinen in die Periode II, 450 bis 350 VUZ, datiert sind, sowie fünf Didrachmen mit einer halben Kuh, durch die der Schatz mit Sicherheit in die Zeit nach dem Jahr 300 VUZ zu datieren ist. In diesem Rahmen beschränkten die 33 Münzen des Mononius in diesem Schatz die Zeit, in der er hier vergraben wurde, etwa auf das Jahr 280 VUZ. Dadurch, dass sie die fünf, bisher bekannten Varianten enthalten, haben sie untereinander eine ununterbrochene Verbindung der Vorderseite und der Rückseite. Die ältesten dieser Reihe sind die Starterin, die auf der Rückseite nur den Namen des Königs, begleitet von einer Lanzenspitze und der typischen Keule der dörrachischen Münzen, zeigen, Tav. I. 1. Es folgen Varianten, die auch die Legende der Stadt zeigen, I. A. Y. P. I. F. I. I. P. Tav. I. 2.3.4.5. Die Komplettierung dieser Reihe mit allen Typen setzt den Schatz in die letzte Zeit der Herrschaft des Mononius, also etwa zwischen das Jahr 280 VUZ, als Trogus ihn erwähnt, und das Jahr 270, da Mytilius als König der Illyra auftritt. Durch die Stempel der Vorderseite und der Rückseite sind auch die 89 dörrachischen Starterin mit Kugkalb und dem Viereck sowie ihre Scheidemünze, die Drachme mit Herakles Pegasus, die im Schatz durch 45 Stück vertreten ist, miteinander zu verbinden. Ein so zuverlässiger archäologischer Komplex, wie der Schatz von Crespani, gibt uns jetzt die Möglichkeit, die zeitlichen Grenzen der Münzprägungen von Korkira und Dörrachium weiter einzuengen. In die Jahre 300 bis 270 VUZ gehören die Korkiraschen Starterin, die über den Kuhn die symbolischen Zeichen haben, Steuer, Stern, Sichel, Traube, Kira mit TQ, und das Monogramm Nö, auf die Rückseire hingegen Lanzenspitalen, Pidum, Tirsus sowie das Montag-T. Die PIR es hündlich geht 49 Nogramm haben, Taf I, 6.7.8.9 Mit dieser Reihe sind auch die Drachmen mit eitler Kuprotome verbunden, die auf der Rückseite das Zeichen Ki, Traube und Kantarus haben, Taf I, 10.11 Dieser Periode gehören auch die Dörrachischen Starterin mit Kuh und Kalb an, von denen drei Varianten zu unterscheiden sind, die den Stempel nach eine chronologische Abfolge darstellen. A. In der ersten ist die Keule, als symbolisches Zeichen, nur in den Segmenten des Vierecks gesetzt, begleitet von den liegenden, plus minus y, AP, AYP, gerade oder verkehrt geschrieben, Taf II, 1.2. B. In der zweiten zeigen sich die symbolischen Zeichen, Delfin, Skorpion und Zitechse auf der Kuh oder Eidechse im Viereckssegment neben der Keule und der Legende AYP in zwei Richtungen geschrieben, Taf II, 3.4.5. C. In der dritten werden über die Kuh die Monogramme H. R. I. N. M. E. P. F. N. Zwei gesetzt, Taf II, 6.7.8.9. Für die Drachmen mit Herakles Pegasos sind die Legenden I und AYP typisch, dieses letztere in zwei Richtungen, in der letzten Serie. Befinden sich die Monogramme CSUNJJ. Taf II, 10, 11, 12, 13 Das Ganze bedeutet, dass das Datum der Prägung der dörachischen Theetratrachmen und der aus Apollonia vom Korkiraschen Typ, die in die Jahre 4i0-350-Vuz datiert worden sind, herabgesetzt werden muss. Zwölf ihren Anfang könnten wir mit dem Bündis zwischen Dörachium, Avscioria und Glaukias auf der einen Seite und Korkira auf der anderen Seite bezeichnen, also während der Feldzüge des Kassanders drei Illyrien in die Tiyashren 314-312-Vuz-Diod. XXX 78.1 Vor diese Zeit würden wir Aoki den Typ beiden Städte mit Athena Pegasus setzen, und zwar in die Jahre 350-312-Vuz, womit ungefähr die Chronologie von HZK angenommen wird, 13. Andererseits sehen wir aber keine Verbindung dieses letzten Typs mit den dörachischen Drachmen mit Herakles Pegasus, 14. Der Sihatz von Icrespen, der eine ganze Skala von Varianten dieser Drachmen-NT heilt, zeugt davon, dass es sich dabei um eine neue Scheidemünze handelt, die sich mit Prägungen vom dörächischen Typ mit Kuh und Kalbwehr bindet und diesem danach auch in der Form der Drachme entspricht. Nachdem wir somit eine neue Zeitzuordnung für die Starterin vom Korkira-Serie-Typ aus Deremum und Apollonia vorgeschlagen haben, besteht das Problem ihrer Beziehungen zu den Prägungen des Monug nie registriertes Warnzeichen. Ausgehend Woti der Verwendung der symbolische Zeichen, abgesehen von der Keule auf der Vorderseite und Rückseite, können wir die Münzen des Monunius zwischen die zweite und dritte Prägung der Steiren des Schatzes ansetzen, während die erste Prägung mit Kuh und Kalb in die Zeit zwischen 312 und 290 Vuz verlegt werden kann. In diesem Rahmen ist auch die Tatsache zu erklären, dass der Name der Stadt in einer zweiten Phase der Prägungen des Monunius neu aufgetreten ist. 15 Soldaisj im Gegensatz zu den früheren Annahmen 16 heißen, dass der illirische König seine Autorität und danach auch die Herrschaft über Dörrachion verloren hatte. Aber tatsächlich teilt uns eine Prägung in Bronze mit Sicherheit mit, dass Dörrachion auch zier. Zeit des Nachfolgers des Monunius, Mytilius 17 unter der Herrschaft illirischer Könige verblieb. Wir würden in diesem Fall eine andere Erklärung geben, die erste Hälfte des dritten Jahrhunderts Vuz ist von einer Konsolidierung der Städte und der städtischen Keuner in Südillirien und im Epirus geprägt, 18 es gelang ihnen, sich den Königen politisch aufzuzwingen, und Pyrrhus selbst vermochte nicht, die Münztätigkeit im Epirus unter seine Kontrolle zu bringen. Diese neue Vorstellung von den Verhältnissen zwischen König und Stadt wurde auch in Dörrachion angewandt, zunächst unter Monunius und dann auch unter Mytilius, wobei die Könige als Britanen betrachtet wurden, und nicht als absolute Herrscher, 19. Abschließend seien noch die Charakterzüge und Merkmale der Persönlichkeit zusammengefasst, die wir aus der Reihe der von der Geschichte vorgeschlagenen Monunier ausgewählt haben. Er war ein illirischer König aus der Dynastie des Glaubias, Sohn von Badylis den Jüngeren, und er herrschte um die Jahre 290, 270 VUZ. Sein Staat lag im Norden des Flusses Aus, östlich der linkestischen Seen und vermutlich im Becken von Skodra im Norden. Seine Außenpolitik bestand in einem Bündnis mit Korkira und Trakim gegen das Makedonien von Polemauis Keraunus und Pyros von Epirus. Seine Innenpolitik strebte die Gewährleistung einer Einheit zwischen der königlichen Macht, den hellenischen Poleis des Küstenlandes und der illyrischen städtischen Keuner an. 20 Die Geschichte rechtfertigte diese Politik mit einer Periode der Ruhephasen, deren fast vollständiger Mangel an Informationen über die politischen Konflikte durch intensive archäologische Zeugnisse wettgemacht wird. Sie berichten über den Bau von Städten und monumentalen Baugarten, über einen intensiven Austausch zwischen den beiden Küsten der Adria sowie zwischen den illyrischen Zentren und den hellenischen Kolonien, die Bildung der illyrischen städtische Keuner und über die ersten Münzprägungen in ihnen aussagen. Deshalb könnten wir auch noch einige Zeilen über die Persönlichkeit des Königs Mononius hinzufügen. Er begründete mit seiner Tätigkeit eine neue Epoche in der illyrischen Geschichte, wobei er selbst eine Schöpfung dieser Epoche war. 1 Albanien, Schätze aus dem Land der Schipitalen, Hildesheim, 1988, Katnummer 135, 136 AC. 2 T. Treusen, das dardanische Fürstentum, Klasse Seher, S87-94, Engil. Hemmend, Absa, 61, 1966, S246, D. Rendik-Miocevic, Polygomena Iliaskoi Nomografii, Godienjik-Zentara-Zabalkanolowska-Ispitif Anja, I., 1965, S81. 3 C. Untersuchungen zur Geschichte der alten Illyra, Breslau, 1910, S62f, F. Papazoglu, Les Origines et la Destini de Elita Illyrien, Historia, 14, 1965, 2, S. 163 ff, S. Islami, Steti Illyra, Vendi de Roli itisne boten mestetare, Kuvendi 2 i studi me vehire. Zweite Tagung für Illyrische Studien, Tirana, 1974, S95, Fußnote 54. 4 Inzeka, Probleme der Numismatikessiliere, Tirana, 1965, S16 ff, Französisch, Problemes der Numismatikillurien, Tirana, 1972. 5 Dekinast, Pyrrhus von Epeyrus, E. Xiv, 1963, Kohl. S. 127. 6 Es Islami, Es Ansimali, M. Korkuti, F. Prendilis Illyriens, Tirana, 1985, S69. 7 Th. Vigarit, amtliche Berichte aus den Königl. Kunstsammlungen zu Berlin, 33, 1911-12, Kohl. 20-21, Bild. 16, N. G. L. Benson, in B. A. 61, 1986, S. 246, und Gewaurich, Helme der hellenistischen Zeit und ihre Vorläufer, in Antiker Helme, Mainz, 1988, S. 174, wir betrachten diesen als den Helm eines Soldaten oder Offiziers des Königs Monunius. Die Genitivform an der Inschrift, Helm des Königs Monunius, ist typisch für den Besitz von Gegenständen und entspricht einer auch bei dem Helm von Verzahn bekannten Tradition, vielleicht dem Sohn des Königs Grabo, in Olympia geweiht, I. Konze, Bericht über die Ausgrabungen in Olympia, 1958, S. 145, F. Die Persönlichkeit 8, N. Einen ähnlichen Helm trägt Pyrrhus, es schätze Cut Nummer 134, oder König Seleukus II, Itinivel, Sekonage of Sevestern Seleusidmins, 1976, T. 81, 6 9, F. Pappazoglu, U. Temuichnage in Aprikosur Monunius Willurien, Eva Antiker, 21, 1971, S177. 10, Gvorik, Aaro, S174, verbindet den Helm eben mit Monunius aus dem Jahr 280. Ebenso entspricht dieser Zeit euch die Datierung des Grabes Nr. 3 von Silia, Enzica, Aoro, S. 55. 11. P. Cabanes, Les Illuriens de Badiem es Argentius, Paris, 1988, S. 160. 12. S. L. Cesano, Monetazione e Circulazione sul suolo dell'antica Albania, Ripostidio di Ibutrinto, Atti e Memoria dell'Instituto Italiano di Numismatica 7, 1932, S. 47 FF1. 13. S. A. Meyer, Die Sehberpragung von Apollonia und Derafion, Numismatische Zeitschrift, I. 1908, S. 3, H. C. K., Probleme. 15. Bis 16, Problemes. S. 22, und die entsprechenden Kataloge von S. N. G. 14. H. C. K., Probleme, S. 30 FF, Problemes S. 49 FF. 15. A. Meyer, A. A. O. S. 4, H. C. K., Probleme, S. 34. 16. Die historischen Bedingungen registriertes Warnzeichen. Einer traditionellen illyrischen Herrschaft in Derafion lassen einen Parallelismus mit der, thrakischen Prägung vom Tarsus Typus bezweifeln, auf deren Grundlage Opikat, Illyriens, Tres et Grex, Lamonaie dans les rapports entre populations Greques et non Greques, Jiria, 1986, 1, S. 141, die Ansicht äußert, dass die Prägungen des Mononios nicht in Derafion auf der Basis einer Archisierenden-Typologie stattfanden. 17. S. Islami, S. Anamali, M. Kokuti, F. Prendi, Lies Illyriens, S. 70. 18. ACK, Probleme, S. 42FF, Problemes, S. 66FF, 19. PR Franke, die Antikau-Münzen von Virus, Wiesbonden, 1961, S. 257F. 20. Diese Ansicht ist auch die Bendik-Miocivi, Ieski-Verdaskin-Ovci-U-Ariolus-Kommu-Ceyu-U-Zakrebu, Chiesnik-Ariolus-Kommu-Ceya-U-Zakrebu, VI 7, 1972-73, S. 25.